Kegel-Club Berlin Der Geschlechterverteilung innerhalb der Piratenpartei Kannst du uns da ein bisschen was genaueres zu erzählen? Gibt es ein Problem mit der Geschlechterverteilung innerhalb der Piratenpartei? Ob es ein Problem gibt, ist Ansichtssache Ich würde sagen, es gibt ein Problem, wenn irgendwie die allergrößte bewältigende Mehrheit der Piratinnen nur Piratinnen sind und nicht Piratinnen Darf ich denn eine Piratin geschlechtsneutral als Pirat bezeichnen oder sollte ich lieber Piratinnen zu ihr sagen? Also wenn du es ganz korrekt machst, fragst du sie ihn, den Menschen, wie der Mensch gerne bezeichnet werden möchte Ich bin definitiv Piratin Es gibt immer wieder diesen Schmuh, dass man laut unserer Satzung das nicht sagen darf Das ist totaler Quatsch In unserer Satzung wird nur von Piraten gesprochen Jeder Mensch darf sich aber so bezeichnen, wie er will Jetzt haben ja die jungen Piraten eine Art Brief geschickt, der glaube ich etwas überbewertet wurde oder auch nicht Gibt es denn ein Problem, sag ich mal, mit frauenfeindlichen Äußerungen innerhalb der Piratenpartei? Es gibt es auch innerhalb der Piratenpartei, das ist aber kein piratentürisches Problem, das ist ein Gesellschaftsproblem Wir leben in einer Gesellschaft, die ganz stark sexistisch ist Ich möchte behaupten, dass kein Mensch in dieser Halle, oder wahrscheinlich 90% der Menschen in dieser Halle Sagen, sie sind klar Mann oder Frau und das auch von außen so zuschreibt Wenn du mich anguckst, denkst du auch, ich bin eine Frau, ich denke, du bist ein Mann So sind wir in unserer Gesellschaft, so sind wir irgendwie aufgewachsen Das ist der erste Grund, weshalb es dann auch geschlechtsbezogene Diskriminierung gibt Und ja, die gibt es auch in der Piratpartei Und ich denke, auf Basis unseres Programms sollten wir da ganz klar dagegenstehen, egal wo das passiert Wenn ich die männlichen Piraten frage, dann sagen die ja im Durchschnitt alle immer Nee, es gibt kein Frauenproblem, Frauen haben es bei uns eher leichter, in die Vorstandsämter zu kommen Manche Frauen sagen, ich muss sogar sagen, wählt mich nicht, weil ich eine Frau bin Ich glaube, Marina hat das gesagt Haben da die Männer vielleicht doch die falsche Sicht Und inwieweit kann der Kegelklub darauf einwirken, dass sich die Piratenpartei, sag ich mal Besser um dieses Geschlechterproblem kümmert Ich glaube, der Kegelklub hat da schon ganz viel getan Ich habe das Gefühl, seit wir diese Umfrage gemacht haben Ist die Diskussionsbasis in der Partei eine ganz, ganz andere Also ich kann jetzt irgendwie Quote sagen Wir können über Quote in der Wirtschaft, sogar in der Partei reden Ohne, dass da sofort irgendwie der Mega-Shitstorm kommt Und dass Piraten das irgendwie alles anders sehen Also ich kenne auch ganz, ganz viele, die sich im Kegelklub engagieren Die sich wahnsinnig freuen, dass wir diese Arbeit machen Ja, ich glaube nicht, dass das die Mehrheitsmeinung ist Dass die alle sagen, nö, wir haben kein Problem Dass Frauen es leichter haben Ja, Marina hat gesagt, sie will nicht gewählt werden, weil sie eine Frau ist Sie hat aber auch nicht gesagt, sie will nicht als Frau gewählt werden Weil ich glaube schon, dass Marina von sich sagt, dass sie eine Frau ist Dass Piratinnen es leichter haben, in Amtämter gewählt zu werden Ist in der Umfrage ganz klar widerlegt Also das kann man sowohl statistisch widerlegen Und man sich anguckt, wie viele kandidieren würden Und wie viele dann tatsächlich auch in Ämtern sind Wo kann ich denn die Umfrage im Internet abrufen Und wie wissenschaftlich ist diese Umfrage? Die Umfrage gibt es unter www.kegelklub.net Da gibt es sowohl die Umfrage als auch die Rohdaten Da kann man also auch selber nochmal mit dem Datenmater Mit den Zahlen spielen Wie wissenschaftlich ist diese Umfrage? Naja, also ich meine Da haben sehr viele Leute dran mitgearbeitet Die sich auch mit irgendwie empirischer Sozialforschung Mit irgendwie quantitativen, qualitativen Erhebungen Viel beschäftigt haben Würde diese Umfrage so mit den Methoden In einem wissenschaftlichen Age Journal veröffentlicht? Wahrscheinlich nicht Haben wir denn, sag ich mal Deutschlandweit haben wir ja definitiv ein Frauenproblem Frauen sind nicht in Vorstandsämtern so häufig vertreten wie Männer Frauen verdienen weniger Okay, kannst du dieses Deutschlandproblem nochmal erläutern? Ist das nur, sag ich mal, durch die Erziehung bedingt? Wie kommt das? Das ist sicher nicht nur Erziehung Das ist einfach unsere Kultur, die wir so haben Die einfach einen ganz schlacken Unterschied macht nach Geschlechtern Und mit dieser Unterscheidung Also ich glaube, man kennt das Wenn man mal jemanden sieht, wo man nicht klar sofort sagen kann Mann oder Frau, dann rattet es im Kopf so Dann ist es irgendwie, dann guckt man Nein, die Haare, aber die Augen oder die Finger Man will Menschen einordnen können Das macht das Leben einfach leichter Und wenn wir sie dann einordnen Dann schreiben wir ihn automatisch schon auch irgendwelche Rollenmuster zu Das wird weniger zum Glück Aber die sind immer noch da Also es gibt immer noch Tonnen rosa Glitzerspielzeug Für Mädchen, die irgendwie dann lieber nicht zu Hause spielen Und dann gibt es irgendwie Tonnen Abenteuerspielzeug Für Jungs, die rausgehen und die Welt erobern Dann braucht man sich irgendwie nicht groß wundern Wenn sich das dann eben auch in der beruflichen Sphäre zeigt Und dann kommt natürlich dazu Gerade Vorstandsämter Das sind Vorstandskreise Gerade in großen Unternehmen Das sind eingeschworene Kreise, Schichten Da ist es extrem hart Für jemanden, der da eben nicht so Sofort in dieses Muster reinpasst Reinzukommen Und natürlich ist es auch so ein bisschen Das Sicherheitsgefühl von so einer Gruppe Also irgendwie, ja wahrscheinlich sogar wir Piraten Würden uns irgendwie extrem schwer tun Obwohl, nee, das stimmt nicht Bei uns gibt es so viel Vielfalt Die tun uns nix schwer Aber, ja, wir beide würden uns wahrscheinlich schwer tun Wenn sich hier jetzt irgendwie Eine 80-jährige Dame hinstellt und mitreden will Weil zu der haben wir halt nicht so viel Bezug Aber wenn sie im Internet mit uns chatten würde Dann würden wir ihr Alter ja gar nicht sehen Würdest du uns sagen, das Internet ist der Motor Wo wir alle geschlechtsneutral Ohne, sag ich mal Ablenken des Äußeres miteinander reden können? Das wäre ja schön, wenn es so wäre Es gibt ja mittlerweile auch schon ganz viel lustige Software Wo dann irgendjemand zeigen kann Dass es möglich ist, automatisch irgendwie Kommentare Mit relativ großer Treffsicherheit Geschlechtern zuzuordnen Sobald sich jemand im Internet mit einem weiblichen Beispiel geben? Was wäre ein typisch weiblicher Kommentar in einem Chat? Nee, ich muss gar keinen typisch weiblichen sagen Es gibt irgendwie so Profiler-Dings, die du auf Facebook drüber schieben kannst Wo du allein von den Comments sehen kannst Also die dann auswerten können Ob das männliche oder weibliche ist Nach welchen Mustern genau Die gehen, weiß ich nicht Aber es gibt ja auch zum Beispiel so Sachen Sobald ich mich halt irgendwo auf Twitter Mit einem weiblichen Nickname anmelde Es gibt Statistiken, dass Frauen da irgendwie Mehr blöde Sprüche, mehr Sexismus und sonst was abkriegen Also es ist im Internet möglich, anonym unterwegs zu sein Aber ich glaube, wir wollen nicht unser ganzes Leben In die Anonymität irgendwo verlagern Wenn du dir die Politik unserer Familienministerin Schröder anguckst Wo wären da deine Kritikpunkte in Bezug auf Frauenpolitik, Familienpolitik? Frau Schröder ist mein Kritikpunkt Das ist schön gesagt Aber kannst du da etwas konkreter werden oder nicht? Erstens, Frau Schröder ist offiziell Frauenministerin Und hat sich aber offensichtlich nie mit irgendeiner Art von Frauenpolitik Oder auch Geschlechterwissenschaften befasst Die ist da mehr als unbedarft Sie sagt, sie will keine Feministin sein Sie wäre in diesem Amt nicht Wenn nicht Feministinnen schon vor 100 Jahren Irgendwie dafür gekämpft haben, dass Frauen wählen und gewählt werden dürfen Sie will Sachen, also sie sträubt sich gegen die Quote Will eine Flexi-Quote einführen Das ist total naiv einfach nur Bist du generell gegen eine Quote oder nur gegen diese Flexi-Quote? Ich bin ganz arg für die Quote Also für eine Quote in der Wirtschaft Aber gegen diese Flexi-Quote von Frau Schröder? Flexi-Quote ist wie Flexi-Quote ist Ihr dürft alle machen, was ihr wollt Und ich sag trotzdem, ich hab die Regel gemacht In Berlin ist ja eine Frau nur, Abgeordnete Susanne Graf Was würdest du denn sagen, Piraten, die sich in Berlin engagieren Die auch vielleicht ein Abgeordnetenamt in anderen Landesverbänden anstreben Müssen die ein hartes Fell haben? Müssen die kämpfen? Oder gibt es da Tipps? Irgendwas, was du ihnen sagen kannst? Ähm, jeder, der ein Mandat übernehmen muss, muss, übernehmen will Muss irgendwie ein bisschen hart irgendwann ein dickeres Fell kriegen Und muss sich durchsetzen können Ähm, diese Geschichte in Berlin Ich glaube, die wurde irgendwie so durchgekaut Ich glaube, die Liste käme auch so nicht wieder zustande Ja, ist abgehakt, würde ich sagen Und, ähm, darf ich denn dann nochmal fragen, warum du Piratin bist? So drei Sätze? Klar, ähm, ich bin Piratin, ähm, weil ich wichtig finde, dass sich auch Piratinnen engagieren Weil ich, ähm, ganz, ganz wichtig finde, dass eine Partei, die in den Bundestag einzieht Nicht nur 50 Prozent, sondern möglichst 100 Prozent der Leute in diesem Land, die uns wählen, ähm, repräsentiert Ich bin aber vor allem auch Piratin, weil ich vollkommen hinter unseren Zielen stehe Wie zum Beispiel den bedingungslosen Grundeinkommen Der, äh, der Betonung, die Bildungspolitik für uns hat Und, ähm, Förderung von frühkindlicher und aber auch lebenslanger Lernen Ähm, und ich bin Piratin, weil ich es klasse finde, mich in einer Partei so schnell inhaltlich einbringen zu können Dann habe ich noch eine allerletzte Frage Im Vergleich zu den Grünen werden wir häufig kritisiert, dass die Grünen eine wesentlich bessere Geschlechterpolitik haben Wo würdest du sagen, stimmt das? Wo gibt es Unterschiede? Wo sind wir vielleicht besser? Wo sind die Grünen besser? Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, wir nehmen es da nicht so viel Was wir ganz, ganz dringend nachholen müssen, ist, dass wir es ein bisschen besser verkaufen Und es ein bisschen ausdifferenzieren Ich meine, ja, die FDP hat auch ein umfangreicheres Wirtschaftsprogramm als wir Gratulationen, also Alles klar, ich danke dir für das Interview Sehr gerne Tschüss Piratenpartei Klar machen wir uns zum Ende Klar machen wir uns zum Ende Ach, ich höre Komm mal Kom mal